Ich lerne Deutsch. I'm learning German. Nummer 62 Nummer 62 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir unterstützen die Ukraine so gut wir können. Wir unterstützen die Ukraine so gut wir können. Ich habe Zahnschmerzen. Ich muss zum Zahnarzt. I have a toothache. I need to see a dentist. Ich habe wenig Geld. Meine Ersparnisse sind in diesem Glas. I have little money. My savings are in this jar. Ich trete im Theater auf. Ich spiele den Tiger. Ich trete im Theater auf. Ich spiele den Tiger. I perform in the theater. I play the tiger. Das Stück beginnt. Ich bin auf der Bühne des Theaters. Das Stück beginnt. Ich bin auf der Bühne des Theaters. Ich bin gestern gestürzt. Mein Knie tut weh. Ich bin gestern gestürzt. Mein Knie tut weh. Ich bin gestern gestürzt. Mein Knie tut weh. I fell yesterday. My knee hurts. Bist du jetzt fertig? Ich muss zuerst meine E-Mails checken. Bist du jetzt fertig? Ich muss zuerst meine E-Mails checken. Bist du jetzt fertig? Ich muss zuerst meine E-Mails checken. Are you ready now? I have to check my E-Mails first. Muss ich an der Kamera irgendetwas einstellen? Muss ich an der Kamera irgendetwas einstellen? Do I have to adjust anything on the camera? Das Containerschiff verlässt den Hafen. Es fährt nach Belgien. The Containerschiff leaves the port. It heads for Belgium. Ich habe fünf Stunden im Krankenhaus gearbeitet. Jetzt habe ich Pause. Ich habe fünf Stunden im Krankenhaus gearbeitet. Jetzt habe ich Pause. Ich habe fünf Stunden im Krankenhaus gearbeitet. Jetzt habe ich Pause. I worked for five hours at the hospital. Now I have a break. Wir fahren mit unserem Bus durch viele europäische Länder. Wir fahren mit unserem Bus durch viele europäische Länder. Beim Banküberfall wurde Geld in verschiedenen Währungen erbeutet. Beim Banküberfall wurde Geld in verschiedenen Währungen erbeutet. Money in various currencies was taken during the bank robbery. Die Seeluft ist gut für meine Atmung. Die Seeluft ist gut für meine Atmung. The sea air is good for my breathing. Ich lasse mir den Wind ins Gesicht wehen. Ich lasse mir den Wind ins Gesicht wehen. Ich lasse mir den Wind ins Gesicht wehen. Am Horizont sehe ich ein vollbeladenes Containerschiff. Am Horizont sehe ich ein vollbeladenes Containerschiff. Ich frage mich, was mein Mann jetzt macht. Ich frage mich, was mein Mann jetzt macht. Ich frage mich, was mein Mann jetzt macht. Beim Malen brauche ich absolute Ruhe. Beim Malen brauche ich absolute Ruhe. Meine Rente reicht für viele schöne Urlaube an der Nordsee. My pension is enough for many nice holidays at the North Sea. Die Pflanze bekommt viel Sonne und Wasser. Sie ist gut gewachsen. Die Pflanze bekommt viel Sonne und Wasser. Sie ist gut gewachsen. The plant gets plenty of sun and water. It has grown well. Die Pflanze bekommt viel Sonne und Wasser. Komm zu mir. Es ist genug Platz für dich. Komm zu mir, es ist genug Platz für dich. Komm zu mir, es ist genug Platz für dich. Die Äpfel sehen gut aus. Darf ich einen Apfel probieren? Die Äpfel sehen gut aus. Darf ich einen Apfel probieren? Die Äpfel sehen gut aus. Darf ich einen Apfel probieren? The apples look good. Can I try an apple? Mir entkommt niemand. Mir entkommt niemand. Ich habe immer Handschellen dabei. Nobody escapes from me. I always have handcuffs with me. Der Wetterbericht hat starke Windböen vorausgesagt. 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 Kommst du mit in die Bibliothek? Dort kann man in Ruhe lesen. Kommst du mit in die Bibliothek? Dort kann man in Ruhe lesen. Kommst du mit in die Bibliothek? Dort kann man in Ruhe lesen. Will you come to the library? Where you can read in peace. Ich habe dich noch nie hier gesehen. Seit wann arbeitest du im Blumenladen? Ich habe dich noch nie hier gesehen. Seit wann arbeitest du im Blumenladen? I've never seen you here before. How long have you been working in the flower shop? Ich arbeite in einer Reifenwerkstatt. Ich arbeite in einer Reifenwerkstatt. Ich arbeite in einer Reifenwerkstatt. Steht mir diese Brille? Passt sie zu meinen Ohrringen? Steht mir diese Brille? Passt sie zu meinen Ohrringen? Passt sie zu meinen Ohrringen? Do these glasses suit me? Do they match my earrings? Die Pflanze braucht dringend Wasser, sonst vertrocknet sie. Die Pflanze braucht dringend Wasser, sonst vertrocknet sie. The plant urgently needs water, otherwise it will dry out. Das ist lustig, und was hat Tom dazu gesagt? That's funny. And what did Tom say to that? Es ist keine Milch mehr im Kühlschrank. Du hast vergessen, sie zu kaufen. Es ist keine Milch mehr im Kühlschrank. Du hast vergessen, sie zu kaufen. Es ist keine Milch mehr im Kühlschrank. Du hast vergessen, sie zu kaufen. There is no more milk in the fridge. You forgot to buy it. Heute ist unser Jahrestag. Wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt. Heute ist unser Jahrestag. Wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt. Stell dich mal vor die Wand. Das sieht gut aus. Stand in front of the wall. That looks good. Willst du die Melone mit mir teilen? Do you want to share the melon with me? Kannst du auf meine Katze aufpassen, während ich in Urlaub bin? Kannst du auf meine Katze aufpassen, während ich in Urlaub bin? Kannst du auf meine Katze aufpassen, während ich in Urlaub bin? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir treffen uns am kleinen Haus am See. Dort können wir schwimmen gehen. Wir treffen uns am kleinen Haus am See. Dort können wir schwimmen gehen. Erdmännchen sind sehr wachsam. Sie passen auf ihre Familie auf. Erdmännchen sind sehr wachsam. Sie passen auf ihre Familie auf. Erdmännchen sind sehr wachsam. Sie passen auf ihre Familie auf. Ich laufe schneller als du. Ich laufe schneller als du. Ich laufe schneller als du. Neben meinem Laptop steht eine rote Geschenkbox. Neben meinem Laptop steht eine rote Geschenkbox. There's a red gift box next to my laptop. Ich halte einen Hammer in meiner rechten Hand. Ich halte einen Hammer in meiner rechten Hand. I'm holding a hammer in my right hand. Einmal in der Woche fahre ich zur Tankstelle. Einmal in der Woche fahre ich zur Tankstelle. Once a week I drive to the petrol station. Der Kaffee läuft durch den Filter. Der Kaffee läuft durch den Filter. Ich richte die Kamera auf das Ziel aus. Ich richte die Kamera auf das Ziel aus. I point the camera at the target. Ich habe gerade etwas Interessantes gelesen. Das wird dich auch interessieren. Ich habe gerade etwas Interessantes gelesen. Das wird dich auch interessieren. Ich habe gerade etwas Interessantes gelesen. I just read something interesting. You will also be interested in this. Bitte bestelle mir einen Burger mit Salat. Bitte bestelle mir einen Burger mit Salat. Please order me a burger with salad. Das Buch handelt von Kürbissen und ihrer Zubereitung. The book is about pumpkins and their preparation. Möchtest du gebratenen Nudeln mit Spiegeleiern? Möchtest du gebratenen Nudeln mit Spiegeleiern? Would you like fried noodles with fried eggs? Die Hühner versammeln sich um Josef. Die Hühner versammeln sich um Josef. Wir haben eine alte Holzleiter von meinem Opa. Wir haben eine alte Holzleiter von meinem Opa. Wir haben eine alte Holzleiter von meinem Opa. Nimm die Hände aus den Hosentaschen. Nimm die Hände aus den Hosentaschen. Get your hands out of your pockets. Das Kind schläft friedlich. Das Kind schläft friedlich. Wir haben frischen Honig mit Zitronen. Wir haben frischen Honig mit Zitronen. We have fresh honey with lemons. Das Buch ist so lustig geschrieben. The book is written in such a funny way. Die Magnolien blühen eine Woche früher als letztes Jahr. The Magnolias are flowering a week earlier than last year. Ich sehe dich ganz deutlich. I see you very clearly. Ich habe einen vegetarischen Hamburger bestellt. I ordered a vegetarian hamburger. Der Rasen wurde nicht gemäht. Niemand sitzt auf der Schaukel. Der Rasen wurde nicht gemäht. Niemand sitzt auf der Schaukel. Der Wind weht die Haare in mein Gesicht. Der Wind weht die Haare in mein Gesicht. Der Wind weht die Haare in mein Gesicht. Ich war in Berlin. Ich bin mit dem Zug gefahren. Ich war in Berlin. Ich bin mit dem Zug gefahren. I was in Berlin. I went by train. Meine Tante hat mir zum Geburtstag ein Fahrrad geschenkt. Meine Tante hat mir zum Geburtstag ein Fahrrad geschenkt. My aunt gave me a bicycle for my birthday. Seit ich die Drohne habe, verbringe ich viel Zeit im Freien. Seit ich die Drohne habe, verbringe ich viel Zeit im Freien. Since I got the drone, I spend a lot of time outdoors. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und bitte gib uns ein Like. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.